Jürgen Klopp ist ganz zufrieden. Die drei Neuzugänge haben sich gut eingelebt und auch sonst kann sich der Trainer nicht beschweren. Das Trainingslager in der Schweiz ist beendet. Es läuft nach Plan beim BVB. Nach der langen Pause, die wir uns selber verordnet haben, hat es klasse ausgesehen, mit ganz großer Bereitschaft in jeder Einheit dabei gewesen. Ihr konntet euch davon überzeugen, hier war keiner dabei, der auch nur im Ansatz mal so wirkte, als könnte, da müssen wir mal kurz eine Pause machen während des Trainings. Nur die Verletzungen von Mikhetariern trübt die Stimmung. Der Götze-Ersatz wird den Bundesliga-Start verpassen. Grundsätzlich ist es natürlich doof, auch gerade für Neuzugange, nur haben wir alle und ihr alle auch gesehen, dass Hendrik hier reinpasst wie die Faust aufs Auge oder Arsch auf Eimer oder sonst was. Also es passt einfach super. Das heißt, da wird es hinten auch keine Anpassungsprobleme geben. Ein anderes Thema bereitet Jürgen Klopp nun keine Sorgen mehr. Robert Lewandowski wird seinen Vertrag definitiv beim BVB erfüllen. Wir gehen ja ganz entspannt mit der Situation um und er eben auch in dieser Mannschaft fühlt sich pudelwohl. Und wir für uns haben entschieden, Strich hinter die letzte Saison, Strich jetzt schon, hinter diese Saison und dazwischen heißt alles raushauen, was geht. Der erste Härtetest, das Supercup-Finale gegen den FC Bayern München. Der erste Härtetest, das Supercup-Finale gegen den FC Bayern München.